Was's up guys, Molte hier. Wie geht's, wie steht's? Ihr hört mich gerade mit einem Dual Setup. Ihr hört mich hier links. Links hört ihr ein Rode NT1A und rechts hört ihr ein Sennheiser MKE 600. Ich habe das hier gerade beides an mein Audio Interface angeschlossen und auf einmal war das Stereo Sound. Stereo Sound. Sound. Okay. Soll aber heute nicht um Mikrofone gehen, sondern um die Sparplan Challenge. Die geht nämlich in die vierte Runde. Jahr 4 steht an und es läuft weniger gut. Ich habe das Ganze mal jetzt aus meiner großen Hauptdatei raus, gefriemelt und nochmal neu angelegt, sodass wir hier mal einen Überblick haben, wie die Performance bis jetzt war. Und ihr seht es rot, tiefrot. Angeblich, ja, hier steht ja absolute Performance. Letzter Handelstag haben wir quasi am letzten Handelstag 2.000 Euro verloren. Ungefähr 15% Miese im Schnitt und kommen so auf einen negativen Gewinn bzw. insgesamt auf einen Verlust. Davor wäre es noch grün gewesen. Ein ETF ist hier noch im Plus und zwar der MSC US Intech Yo. Was war eigentlich letztes Jahr los? Und zwar haben wir ja gleich fünf Sachen bespart. Ihr seht es, China im großen Stil, dann zwei ETFs aus dem ersten Jahr. Und dann hat mir Unvista ja einen Strich durch die Rechnung gemacht. Einen fetten Strich. Einmal quer drüber. Und zwar hier, ich habe den Tweet rausgesucht, kam dann die Meldung im April, Ende April, dass die Unvista Bank, die mittlerweile zur Comdirect gehört, und die Comdirect gehört jetzt wiederum zur Comberheitsbank, ein Euro erhebt. Und das geht schon los bei 50 Euro Sparrate, sprich gleich mal 2%. Boom. 2% Gebühren. Und dann hatte ich ja sogar gleich zwei von diesen kleinen Sparplänen. Das hat bedeutet, 2% hier zahlen. Das habe ich dann am Anfang sogar mitgemacht. Das sieht man jetzt hier recht schön. Okay, das sind extrem viele Zahlen. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem erkennen. Das habe ich mitgemacht, ja. Hier 49, 49 statt 50 Euro. Dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, ne, Leute, irgendwann reicht. Das ist mir einfach zu viel des Guten. Und ich suche es gerade selber, man. Da sieht man ja nichts hier. So viel grün. Dabei ist doch die Performance rot. Gut, hier. Dann bin ich hingegangen und habe, wann war es? Im September, äh, Oktober bin ich hingegangen und habe einfach für die nächsten 5 Jahre, äh, 5 Jahre, 5 Monate gekauft. Und dann quasi nicht mehr monatlich investiert, sondern einfach alles auf einmal. War das eine gute Entscheidung? Ich glaube nicht nach dem Absturz. Um euch mal diese Tragik, dieser dritten Sparplan-Challenge zu visualisieren, zeige ich euch das mal anhand des Thailand-ETFs, den wir ja bespart haben. Thai-ETF. So, da haben wir schön, ne, kontinuierlich auf hohem Niveau bespart und gekauft, so schön hohen Kursen. Und dann kam hier der Absturz. Brutal. Und jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt machen wir auch nicht weiter. Ja, das stimmt aber nicht ganz. Wir machen natürlich weiter. Und zwar, was werde ich dieses, dieses Jahr besparen? Zum größten Teil. Und dann noch in 2021 einmal den VanEck Vectors Morningstar US White Mode ETF. Was für ein Gerät? Schauen wir mal rein, was ist das überhaupt? Mode, was steht eigentlich Mode? Das ist eine gute Frage. Man geht selektiv vor. In dem Fall sind es, hier gibt es auch einen Artikel dazu, 40 bis 80 US-Aktien, von denen ausgegangen wird, dass sie langfristigen sowie nachhaltige Wettbewerbsvorteile bieten und gleichzeitig auf Basis ihres fairen Werts bewertet werden. Ihr seht es hier, Aktienanalyse-Teams machen sich der Gedanken aus dem Research House Morningstar. Jetzt haben wir eigentlich fast alles geklärt von dem Namen hier. Also die machen sich da Gedanken, suchen da, selektieren und kategorisieren, durchforsten ganz viele Aktien. Im Grunde ist es schon fast wie ein aktiv gemanagter Fonds. Kostet dementsprechend auch ein bisschen mehr und ist auch thesaurierend. Beides zwei Faktoren, die ich jetzt einfach mal in Kauf nehme. Weil ich vom Prinzip her, wenn man nach Kennzahlen vorgeht und da gewisse Scores sich baut und Kennzahlen, dann finde ich das an sich, ist das eine sehr, sehr gute Idee, wenn man da strikt vorgeht und dann auch nicht einfach mal so, mal so macht. Gut, ich rede schon wieder viel zu viel darüber. Ist aber eine interessante Sache. Ich verlinke euch den Artikel zu diesem ETF in der Beschreibung und jetzt zeige ich euch noch die Top Holdings aktuell. Okay, Altria kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Ich kenne auch die meisten Unternehmen nicht. Intel kennt man. Warum die jetzt einen Vorteil haben, naja, wir finden hier auch keine Top Holdings wie Microsoft oder Apple, die ich eh schon habe. Von daher ist es eine gewünschte Diversifikation und auch sehr interessant vom Ansatz. Einfach kein 0815 ETF. So, der andere ETF auf der anderen Seite ist, ich würde schon sagen, ein mustergültiger ETF. ETF extrem günstig, ausschüttend und breit gestreut in Asien. Vanguard kennt ihr extrem günstig, als ich mir den rausgesucht hatte. Hatte dennoch eine Kostenquote von 0,22%, beträgt jetzt noch 0,15%. Hier eine Übersicht, ist jetzt auch ziemlich runtergegangen. Top Positionen Samsung habe ich halt eh schon im Depot. Boah, ganz schön viel hier, 0,7%. Dann, was ich gefunden habe, Hongkong Exchanges and Clearing, LTT. Finde ich eigentlich ganz cool. Will ich vielleicht auch als Einzelaktie kaufen. Ich bin ja eh so ein Fan von Plattformenaktien. Ich habe ja auch ein Plattformen-Depot so aufgesetzt. Hatte da auch so ein paar Börsenwerte gekauft. Kommt mir auch aktuell zugute bei dem Crash, weil extrem viele handeln und die Märkte volatil sind. Es geht hoch und runter. Crazy Times. Finanzwesen, naja, nicht so toll. Technologie, schon besser. Ich nehme es mal mit. Ich will weiter in Asien investieren, weil ich dann im nächsten Jahr neue Wege gehen werde und da erstmal meinen Fokus auf die amerikanischen Aktien setzen werde. Und jetzt hören wir hier gerade einen Helikopter, den müsstet ihr auch hören mit diesem Stereo-Setup. Ich nehme jetzt jeden Furz auf. Wie geht es weiter? Das war es dazu. Dazu noch eine Sache und zwar aus dem zweiten Jahr. Da habe ich einen iShares Automation and Robotics ETF bespart. Ist eigentlich auch ein cooles Ding. Ist leider jetzt auch im Minus. Heftig Minus. Den schauen wir uns mal hier an. Ihr seht, hier hatten wir im zweiten Jahr den bespart. War dann auch im Nachhinein eine gute Entscheidung. Jetzt kam der Absturz und diesen Absturz möchte ich nutzen, um ihn einmal zu verkaufen und dann gleich wieder neu einzukaufen. Und zwar gibt es da mittlerweile ein zweites Produkt in ausschüttender Form. Da möchte ich eigentlich hinwechseln bzw. umschichten in den ausschüttenden ETF, weil ich eben die Dividende wenigstens haben möchte, wenn ich schon sowieso Steuern auf Fonds zahlen muss. So ist es ja in Deutschland. Das werde ich so machen und werde dann gleichzeitig den Dip nutzen und so ein bisschen dazukaufen. Wir haben ja 50 Euro weniger bespart jeden Monat. Die, ähm, Moment, da muss ich rechnen, 600 Euro. Kommen da vielleicht dann dieser Position zugute. So viel dazu. Das ist dann das Jahr 4. Ich bin gespannt, wer von euch weiterhin mitmacht, wer neu eingestiegen ist. Wie viel spart ihr aktuell? Das war es von eurem Multi. Oh, ich habe eine Message, guys. Da muss ich jetzt mal ganz schnell hin. Das war es von mir. Bis zum nächsten Video. Peace out, multi.